Herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 41. Ihr seid auf dem Kanal von JFD Brokers. Mein Name ist Markus Klebe und wir blicken wie gewohnt hier in diese Analyse auf die Märkte DAX, S&P, Euro und Gold und das für die Handelstage vom 8.10. bis 12.10.2018. Wir wollen auf das Big Picture schauen, also wir schauen uns hier die etwas größeren Zeiteinheiten an, wollen somit schauen, was könnte in der kompletten Handelswoche passieren. Das ist auch im Rahmen meiner eigenen Analyse für die Märkte, wie ich dann eben auch hier dann versuche in der kommenden Handelswoche, in den entsprechenden Livestreams dann auch zu zeigen, okay, hier trade ich, da handle ich bzw. was erwarte ich generell, vorsichtig gesagt, erwarte ich generell von den Märkten. Bevor wir starten, an dieser Stelle wie gewohnt der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups gegebenenfalls formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und an dieser Stelle auch gemerkt, Moment, wir gehen aus dem Wirtschaftszahlenkalender erstmal nochmal kurz hier auf den YouTube-Kanal. Unter diesem Video findet ihr die vier Märkte, DAX, S&P, Euro, S$ und Gold, dahinter dann eine Zeitangabe. Wenn ihr auf diese Zeitangabe klickt, kommt ihr entsprechend in dieser Analyse exakt dahin, wo dann ich über den S&P spreche oder eben über den Goldpreis spreche. Wenn ihr dahinter eben entsprechend auf diese Uhrzeit klickt, könnt ihr dann direkt euch die entsprechende Analyse anhören. Wie auch eben schon gezeigt an dieser Stelle, blicken wir auch immer erstmal auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Das sieht man hier am Montag direkt Columbus Day in Amerika. Also Feiertag heißt allerdings, dass die Börsen offen sind. Also trotzdem, es werde, wird der ein oder andere Händler hier gegebenenfalls gerade in Amerika eben nicht an seinem Rechner sitzen, nicht handeln. Kann durchaus sein, dass das Volumen ein Stück nach unten geht. Man darf nicht verwundert sein, wenn eventuell kaum Schwankung auftritt. Das muss an solchen Tagen nicht so sein, aber es kann natürlich passieren. Somit sollten wir es im Hinterkopf haben, dass hier am Montag Feiertag in den USA ist. Aber wir in Deutschland sind voll da. Somit der DAX und auch der Euro. Ich denke, das wird man, ja, wenn dann vielleicht ein wenig merken. Wir gehen hier mal auf hohe Relevanz, sehen dann prinzipiell, dass für die kommende Handelswoche nicht so viel an wichtigen Wirtschaftszahlen rauskommt. Hier lediglich am Donnerstag, was eventuell EZB Accounts oder dann um 14.30 Uhr Verbraucherpreisindex aus den USA, was eventuell zu etwas Bewegung führen könnte. Aber in den vergangenen Wochen und Monaten haben diese Zahlen die Märkte nicht nennenswert bewegt, zumindest nicht direkt zu den Uhrzeiten. Und von daher gehe ich auch in der kommenden Handelswoche davon aus, dass diese Zahlen nicht nennenswert die Märkte bewegen sollten. Nichtsdestotrotz sollte man gerade Donnerstag 13.30 Uhr und 14.30 Uhr etwas vorsichtiger sein und hier eben schauen, dass diese Zahlen rauskommen und dann vielleicht dann, wenn man eben handeln möchte, vielleicht kurz danach handeln und nicht kurz davor. Schauen wir als allererstes auf den DAX auf unseren Markt, den wir natürlich hier gerade auch im Livestream, DAX Long oder Short am Morgen immer betrachten, wo ich dann auch meine Gedanken des Tages immer kundtue, wo ich teilweise dann auch trade und mir, wie gesagt, am Wochenende hier jetzt das Big Picture anschaue. Wir sind nach wie vor abwärts tendierend. In der vergangenen Handelswoche hatten wir noch gesagt, okay, oder auch in der vorletzten Handelswoche, es könnte hier durchaus weiter nach oben gehen. Wir hatten ja hier kürzlich Stärke im DAX. Der Markt ist nach oben gepusht. Der ist in dieser vorvorletzten Handelswoche auch stärker gestiegen als der S&P. Wir haben ja da diese negative Korrelation, dass der S&P ja grundsätzlich, man muss für die aktuelle Handelswoche ja sagen, war. Er ist ja grundsätzlich aufwärts tendierend gewesen. Der DAX grundsätzlich mehr abwärts tendierend, wie wir es ja hier in diesem Bild auch sehen. Und in der vergangenen Handelswoche konnte dann der DAX auch erneut die Abwärtsseite, auch wenn es erst zum Freitag nennenswert war, hier bestätigen. Der Markt rutschte nach unten, rutschte im Prinzip unter diesen wichtigen Bereich 200, 220 und konnte hier in den nächsten Zielbereich schlussendlich um die Marke 100 knapp darunter laufen. Also hier war wirklich noch schönes Geld zu verdienen auf der Abwärtsseite. Was bedeutet das jetzt für die kommende Handelswoche? Wir sind natürlich erst mal rein charttechnisch wieder angenockt. Wir kennen das aus der Vergangenheit, ich zeichne das mal kurz ein, dass der DAX ja immer wieder die Abwärtsseite favorisiert hat. Wir sind hier immer wieder runtergekommen. Wir kennen das aus dem aktuellen Jahr. Dann haben wir uns wieder erholt, sind aber wieder runtergekommen, haben uns erholt, sind wieder runtergekommen, haben uns erholt und sind jetzt auf dem Weg wieder nach unten. Und wie man hier unschwer erkennen kann, haben wir zwar eine recht volatile, weil diese Erholungen auch immer relativ weit liefen, aber grundsätzlich haben wir hier eine Abwärtstendenz. Diese Abwärtstendenz wurde jetzt in der vergangenen Handelswoche und auch in der Woche davor mehr oder weniger wieder bestätigt, denn wir hatten jeweils an den Freitagen doch merkliche Abgaben. Wir sind hier wieder auf dem Weg nach unten, was natürlich jetzt auch erstmal für mich bedeutet, ich schaue mir vorrangig die Abwärtsseite an, denn ich denke, alles was sich unterhalb des Bereiches in etwa hier in der CFD-Indikation 200 bis 220, 230 abspielt, ist auch weiterhin von der Abwärtsseite zu betrachten. Und es ist auch durchaus realistisch, dass wir diese Bewegungstiefs hier unten aus Anfang, Mitte September durchaus wieder erreichen können. Wir haben zwar den 12.000er Bereich noch dazwischen, der natürlich auch immer unterstützend wirkt, aber wenn der Markt hier weiter schwach ist und alles wie gesagt unterhalb von 220, würde ich jetzt auch erstmal als schwach bezeichnen, beziehungsweise den Vorteil, den Trendvorteil mehr auf der Abwärtsseite sehen als auf der Aufwärtsseite. Und somit ist es hier denkbar, dass wir weitere Tiefs sehen, dass der Markt eben weiter Süden geht. Als allernächstes kommt hier relativ zügig, Moment, das sollte ein Fall werden, kommt hier relativ zügig der 12.000er Bereich und dann geht es relativ zügig dann auch in Richtung 9,50 und dann schlussendlich hier in diesen 8,50er Bereich, beziehungsweise sogar noch knapp tiefer, was hier diese aktuellen Bewegungstiefs darstellen. Und wie gesagt, ihr kennt das von meiner Seite, ich schaue mir dann auch immer Situationen an, die dann eventuell Erholung bedeuten. Also vielleicht sogar am Montag, dass wir erstmal nochmal in diesen 200er, 220er Bereich zurücklaufen, dann hier eben gegebenenfalls die Chance bekommen, die Abwärtsseite aufzunehmen, je nachdem, wo dann auch der Öffnungskurs am Montag ist. Oder wir pushen gleich nach unten, erholen uns dann in dem Bereich vielleicht 130, um dann die Abwärtsseite aufzunehmen. Also in den meisten Fällen bin ich ja konservativer Natur unterwegs, warte leichte Erholungen ab, um dann auf der Abwärtsseite einzusteigen. Selten, aber ich mache es natürlich auch, nutze ich aus aggressiveres Setups, um dann eben zum Beispiel Breakout-Ideen auf der Unterseite für diese angedachte Abwärtsseite dann eben als Einstiegstrigger sozusagen zu nutzen. Aber grundsätzlich bin ich dann hier unten mehr auf der Suche nach Short-Setups als nach Long-Setups. Und jetzt kann es natürlich sein, das wissen wir natürlich ja hier vorher nicht, aber das Bild wollen wir uns vorher zurechtlegen, dass der Markt eben gar nicht sich für diese Abwärtsseite, die ich erstmal favorisiere, gar nicht dafür entscheidet. Und schlussendlich dann vielleicht doch wieder über diesen 220, 230er Bereich nach oben läuft. Und dann kommt hier aus der vorletzten Handelswoche dieser wichtige Bereich um die Marke in etwa 330, 350. Das ist hier diese Marke, die wir in der vergangenen Handelswoche dann auch als hoch hatten. Und ich denke, dass es durchaus denkbar ist, dass gerade erstmal auf jeden Fall in Richtung 300 und dann vielleicht auch in Richtung 350, dass sich hier, wenn der Markt wieder etwas nach oben steigt, dass diese Bereiche durchaus auch nochmal angelaufen werden könnten. Allerdings sehe ich für mich persönlich den Long-Vorteil, um ihn jetzt aggressiv zu handeln, in diesem Bereich noch nicht so stark. Denn wir sind grundsätzlich angenockt. Wir sind grundsätzlich in einem übergeordneten Abwärtstrend. Was schlussendlich auch bedeuten könnte, wie es auch in der vergangenen Handelswoche schlussendlich war, dass der Bereich in etwa 230 bis 330 hier eben als eine Seitwärtszone genutzt wird und der Markt ähnlich wie in der Vorwoche bzw. Montag, Dienstag, dann war ja Feiertag, Donnerstag hier mehr oder weniger in diesem Bereich sich aufhielt und dass der Markt das dann wieder tut. Man kann es zwar vorsichtig versuchen, hier in dem unteren Bereich die Long-Seite zu handeln in Richtung 300, 330, 350. Ich persönlich wäre hier in diesem Bereich aber erstmal etwas vorsichtiger. Klarer wird es für die Aufwärtsseite, wenn wir, wenn der Markt, nicht wir, wenn der DAX natürlich, hier die Aufwärtsseite wirklich erstmal favorisiert, den Bereich 330, 350 hier anläuft und diesen dann schlussendlich nach oben durchschreitet. Denn ich denke, hier oben wird dann der Long-Vorteil auch mit dem Ziel, dass hier diese übergeordnete Abwärtstendenz mit den fallenden Hoch grundsätzlich dann gegebenenfalls durchstoßen wird und sich dann hier vielleicht auch zum Ende des Jahres, müssen wir mal schauen, vielleicht doch wieder die Aufwärtsseite durchsetzt. Das sieht aktuell alles nicht danach aus, denn wir sind unterhalb von 220. Wir sind eben eher auf dem Weg nach unten und deswegen hatte ich auch eingangs gesagt, dass ich ja eher die Abwärtsseite bevorzuge als die Aufwärtsseite. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich die Aufwärtsseite auch überlegen, die Aufwärtsseite angucken und wir müssen jetzt schon vorher uns das Bild zurechtlegen oder ich mache es zumindest so, was mache ich, wenn der Markt nicht das tut, was ich jetzt erstmal von ihm erwarte in Anführungsstrichen, sondern was ist, wenn er eben doch steigt oder in den Bereich 220 bis 230 läuft. Und dann versuche ich eben aus der Vergangenheit, aus den Bewegungen der Vergangenheit etwas zu lernen und denke mir dann immer, wenn der Markt das in der Vergangenheit so getan hat oder so ähnlich, wird er es höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft zu tun. Und von daher ist dieser Bereich hier, dieser blau eingezeichnete Schiebezonenbereich etwas uninteressanter für mich. Viel interessanter wird es dann hier auf der Oberseite, wenn wir drüber durchgehen, beziehungsweise unterhalb von 220 für die Abwärtsseite. Und ganz wichtig für diejenigen, die den DAX handeln, die sollten sich jetzt auf jeden Fall auch die S&P-Analyse anschauen, denn der S&P ist ja immer so ein bisschen der Light-Index aus Amerika, den ich persönlich ganz gerne nutze, um dann eben auch Entscheidungen im DAX zu fällen. Wir hatten hier grundsätzlich ja die Beobachtung getätigt, dass der S&P im Gegensatz zum DAX grundsätzlich charttechnisch aufwärts ist. Es ist eigentlich so, dass der DAX mehr oder weniger mit den US-Märkten mitläuft. Also wenn die eine Aufwärtstendenz haben, ist es in der Regel auch so, dass der DAX eine Aufwärtstendenz hat. Wenn das umgedreht der Fall ist, der S&P oder die US-Märkte nach unten laufen, ist es in der Regel auch so, dass der DAX eine Abwärtstendenz hat. In den letzten Wochen und mittlerweile schon in den letzten Monaten war das nicht der Fall. Der S&P ist sauber nach oben gelaufen, baute irgendwann die Allzeithochs aus oder neue Allzeithochs aus, die wir hier am Anfang des Jahres ausgebaut hatten, ist schlussendlich darüber gelaufen, hat immer wieder neue Hochs ausgebaut, war somit sauber oder ist aktuell zwar immer noch, aber schon so ein bisschen an der Kante, ist nach wie vor im Aufwärtstrend und der DAX ist nach wie vor im Abwärtstrend. Das hatte sich in den letzten Wochen so ein bisschen relativiert, denn wie gesagt, zwischendurch war der DAX auch mal etwas stärker als der S&P. Also diese negative Korrelation ist gerade so ein bisschen eventuell im Scheideweg und auch in der vergangenen Handelswoche ist der S&P erst mal stärker zurückgekommen, als es schlussendlich dann der DAX tat und diese negative Korrelation, also dieser Spread, der sich da eröffnete, der scheint sich etwas zu verringern. Und jetzt ist der S&P hier an einem sehr, sehr wichtigen Bereich und ich habe den Bereich ja gerade hier schon markiert. Wir hatten hier diese Allzeithochs, wo dann eben im Februar, Ende Januar, Anfang Februar eben diese starke Welle nach unten kam. Und diese Allzeithochs, die wir hier Anfang des Jahres ausgebaut haben, wurden ja wie gesagt hier durchschritten, wurden dann hier nochmal getestet, ging wieder nach oben, nochmal getestet und dann ging es erstmal weiter genorden. Jetzt sind wir exakt, schaut euch das an, wir sind exakt erstmal wieder in diesen Bereich gelaufen, haben hier leicht reagiert und schlussendlich auch den Schlusskurs leicht oberhalb dieses Bereiches haben wir gefunden. Aber dieser Bereich ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, charttechnisch sehr, sehr wichtig. Und übergeordnet sind wir nach wie vor, ich zeichne das nochmal jetzt hier mit größeren Pfeilen oder mit etwas dickeren Pfeilen ein. Wir sind nach wie vor erstmal, das ist auch immer grundsätzlich, egal wie man das jetzt zeichnet, wir sind jetzt hier erstmal weiter aufwärts tendierend unterwegs. Wir haben grundsätzlich steigende Hochs und steigende Tiefs. Aber wie gesagt, dieses letzte Tief hier, was gleichzeitig ja dann auch in etwa dieser Allzeithochbereich ist, dieser Bereich wurde getestet. Und wenn wir jetzt wirklich diesen Bereich nachhaltig nach unten durchschreiten, ist das charttechnisch ein, also vorsichtig gesagt, ein Alarmzeichen, dass sich eventuell diese Aufwärtstrend-Bewegung brechen könnte, dass diese brechen könnte, dass wir vielleicht erstmal in eine Abwärtsbewegung übergehen, in eine Konsolidierung im Aufwärtstrend, die sich hier vielleicht etwas länger fortsetzt. Und wenn wir dieses Tief, wie gesagt, hier nachhaltig unterschreiten, kann es durchaus sein, dass wir dann eben grundsätzlich erstmal, wie das schlussendlich längerfristig aussieht, das können wir natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber es kann sein, dass wir vielleicht mehr auf der Abwärtsseite schauen werden in Zukunft, als auf der Aufwärtsseite, wie wir es in den letzten Wochen und Monaten getan haben. Darum der Bereich in etwa 2875 sollte hier sehr, sehr stark im Auge behalten werden. Und wenn wir hier nochmals so einen Abwärtstag, wie wir es Donnerstag und Freitag schlussendlich gesehen haben, sehen und hier vielleicht relativ zügig im 2845er Bereich sind, dann wäre dieses Szenario eingetreten, dass ich hier erstmal der übergeordnete Aufwärtstrend charttechnisch geschlagen geben muss. Und dann müssen wir schauen, was da wichtig wird. Für die kommende Handelswoche ist jetzt erstmal für mich persönlich der Bereich, den ich als richtungsentscheidend ansehe. Also erstmal der Bereich, ähnlich wie wir es gerade in DAX gemacht haben, den ich mir auf dem Schirm habe, wenn der Markt diesen 2905er Bereich, der jetzt hier natürlich charttechnisch wichtig war, solange er ihn nicht überschreitet, würde ich auch im S&P, zwar allerdings noch ein bisschen vorsichtiger als im DAX, würde ich hier erstmal weiter schauen, dass wir vielleicht Trades oder Situationen auf der Abwärtsseite bekommen. Also auch vielleicht leichte Erholungen mit dem Gedanken, dass es hier gegebenenfalls erstmal nochmal leichte neue Bewegungstiefs geben könnte, dass es in Richtung 2845 nächstes Unterstützungsniveau gehen könnte, dass wir eventuell in eine Phase der Konsolidierung übergehen und all das würde ich jetzt erstmal und das ist das erste Mal seit vielen Wochen, dass ich in der Trading-Wochenanalyse hier wirklich sage, okay, ich bin auch im S&P erstmal so ein bisschen negativer Natur eingestellt. Und wenn ihr das jetzt hier euch mal anschaut, was ich gerade eingezeichnet habe, wer Formationsfreund ist, Schulterkopf, Schulter, wem ein, das eventuell was sagt, dann hätten wir hier eine Schulter, hier wäre der Kopf und dann würde sich hier vielleicht eine Schulter ausbauen und dann geht es eventuell erstmal etwas nach unten. Wie gesagt, 2845 nächstes Unterstützungsniveau 2825. Das ist ja übergeordnet immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau, aber wir versuchen ja relativ zügig Eventualitäten festzulegen, wo sich eventuell Trends drehen könnten und das wäre jetzt unter 2.905 aktuell aus meiner Sicht eventuell der Fall. Und wenn wir allerdings hier wieder drüber gehen, wir hatten in der vergangenen Handelswoche in dem Bereich in etwa 2,29 hier in der CFD-Indikation als richtungsentscheidend. Und ich hatte hier gesagt, wenn es da drunter geht, dann ist diese Abwärtsseite schon interessant. Wenn wir darüber bleiben über diesen 2,29er-Bereich, dann ist es denkbar, dass wir weiter nach oben laufen. Das hat der Markt kurzzeitig zwar getan, keine neuen Allzeithochs und ist ja bekanntlichermaßen dann nach unten weggekommen. Ähnlich ist es jetzt hier mit diesem 2,905er-Bereich. Wenn wir darüber gehen und dann kann das natürlich auch sein, dass das vielleicht alles, was wir hier gerade auf der Abwärtsseite sehen, so ein kleiner Fake ist, dass das vielleicht auch, was wir jetzt annehmen, dass es eventuell so ein bisschen nach unten gehen könnte, gar nicht so eintritt, sondern dass der Markt einfach hier unten mal geguckt hat, was ist hier los, so die Leute so ein bisschen abgeschüttelt hat und schlussendlich Kraft findet und vielleicht doch wieder genorden läuft und neue Allzeithochs sind ja auch durchaus denkbar in Richtung 2,59. Somit 2,905 als richtungsentscheidend. Darunter erstmal favorisiert die Abwärtsseite. Darüber muss man sich das ganze Bild dann anschauen. Werde ich relativ sicher mir das Bild wieder mehr von der Longseite aus anschauen mit dem Gedanken als nächsten wichtigen Bereich, dass der Markt in Richtung 9,20 läuft und dann natürlich in Richtung der Allzeithochs im Bereich in etwa 2,935 und dass es dann eventuell weiter nach oben geht. Also das ist so der grobe Bereich, die grobe Analyse für den S&P, so wie ich es mir anschaue, wie ich dann auch entsprechend dieses Bild mir zur Hilfe nehme, um im DAX zu handeln, beziehungsweise dann schlussendlich auch im Dow Jones. Schauen wir uns den Euro-US-Dollar an und der hat mir vergangene Handelswoche nicht wirklich den Gefallen getan, dass er nach unten gegangen ist. Ihr konntet das in den Livestreams beobachten. Ich hatte das gezeigt. Der Markt ist ja erstmal schlussendlich weiter gen Süden gelaufen. Ich hatte auch als sehr, sehr wichtig den Bereich 15,30 hier erwähnt in der letzten Wochenanalyse, auch schon in den letzten Analysen muss man sagen. Der Bereich, der ist nicht ohne Grund hier rot markiert. Das ist jetzt den Bereich, den ich hier nochmal markiere und wir sehen, dass der Markt erstmal eine lange Zeit diesen Bereich und auch davor kann man das immer noch beobachten als Unterstützung genommen hat. Dann hatten wir hier schon mal die Abwärtsseite gehandelt. Der Markt kam dann aber relativ zügig wieder zurück, nutzte erneut diesen 15,30er Bereich immer wieder als Unterstützung. Und jetzt kamen wir sukzessive nach unten und in der vergangenen Handelswoche hatten wir zum Ende der Woche dann auch schon wieder Schwäche gesehen und ich hatte gesagt, wenn der Markt hier runterläuft, wenn wir schlussendlich 15,30 nach unten durchschreiten, eventuell, das war dann mein Setup, dann eben den Bereich von der Unterseite nochmal testen und das habe ich hier dann eben auch etwas aggressiver gehandelt. Das war hier dieser Bruch nach unten, dann eben den Rutsch nach oben und dann hier eben die Abwärtsseite zu handeln. Ich war hier auch erstmal eine lange Zeit drin, habe dann eben hier irgendwann das Risiko rausnehmen können aus diesem Trade und habe diesen schlussendlich zwar mit einem kleinen Verlust schließen müssen, weil eben hier der Gedanke schon war, dass es weiter nach unten geht und ich diese Position aufgrund dessen, dass zum Ende der Handelswoche eben mein Kurs eben oder meine Position noch nicht nennenswert im Profit ist oder zum Ende der Woche nicht nennenswert im Profit war, habe ich diese hier leicht im Verlust dann geschlossen. Aber nicht nennenswert zum Freitagnachmittag. Nach wie vor ist jetzt aber, weil das Bild hat sich nicht grundlegend geändert, es hat zwar meinem Trade noch nicht so viel Schwung gegeben, aber nach wie vor ist dieser Bereich 15,30, also 1,15,30 für mich richtungsentscheidend beziehungsweise mehr oder weniger ist eigentlich noch der Bereich in etwa 15,80, 15,75, das ist so diese Zone, die wir dann eben auch mit diesem Hoch nochmal getestet haben. Ne, ein Stück weit höher ist es sogar. Das ist auch nochmal ein wichtiger Bereich. Alles, was sich unter 15,30 abspielt, würde ich durchaus erneut zum Anfang der Handelswoche mal etwas aggressiver versuchen zu shorten. Mit dem Gedanken, dass ich erneut hier oben irgendwo in der Nähe von 15,30 reinkomme auf der Abwärtsseite und dann erneut eben darauf setze, dass es hier weiter gen Süden geht. 14,30 als kleines Zwischenziel. Aber ich würde favorisieren, dass der Euro ist da eigentlich viel lieber oder das würde mir dann eben auch, auf gut Deutsch in den Kram passen, dass es in Richtung 13,30 geht. Und das würde ich hier auch als Ziel annehmen, bedeutete auch in der vergangenen Handelswoche, dass ich den Stopp für diese Position etwas größer wählen durfte, weil einfach das Ziel auch etwas weiter weg ist. Und wir wissen, dass der Markt das kann. Er hat es uns in der Vergangenheit gezeigt und wenn er richtig schmackes aufnimmt, dann ist es sogar realistisch, dass wir 13,30 schrägstrich 1,13 nach unten durchschreiten und hier vielleicht ein bisschen Gas aufgenommen wird. Und wir schlussendlich zurück in einen Trend gehen, denn der Euro-US-Dollar ist eigentlich in den letzten Wochen und Monaten mehr oder weniger seitwärts tendierend und brach nun mal ganz kurz nach oben oder unten aus. Wenn wir allerdings hier nochmal ein Stück hochlaufen, das wäre auch noch so ein Bereich, den ich mir von der Short-Seite so ein bisschen angucke, allerdings ein bisschen defensiver. Sollten wir allerdings hier wieder rüber gehen, dann wird nach wie vor, und ich nach dazu nochmal kurz das Bild oder schiebe das Bild nochmal ein Stück weit zusammen. Also wir sind mehr oder weniger ja abwärts tendierend unterwegs gewesen, hatten hier eine Trendphase und haben jetzt seit Monaten mehr oder weniger hier so, Moment, machen wir ein Viereck draus, mehrere Seitwärtszonen mal etwas ausgeprägt, davon der Volatilität mal nicht so ausgeprägt. Und schlussendlich hatten wir dann mal den Ausreißer nach unten und den Ausreißer auch aus kleineren Schiebezonen dann mal nach oben und wir haben das immer kommentiert und das ist halt aktuell wirklich sehr, sehr schwierig, hier gerade im Swing-Trading-Bereich wirklich Geld zu verdienen, weil einfach der Markt relativ zügig wieder zurückkommt und man ungünstig ausgestoppt wird oder eben hier Break-Even rausfliegt. Aber so richtig Gewinne im Swing-Trading sind aktuell nicht rauszuholen. Wir sind jetzt eben wieder erneut und das war ja mein Gedanke an diesem unteren Seitwärtszonen-Bereich und da sind wir aktuell auch noch, somit ist der Gedanke weiterhin aktiv, dass es hier eventuell weiter trendfolgend nach unten geht und wir hier eben auf der Abwärtsseite Geld verdienen können. Auch wenn wir hier noch mal ein bisschen reinlaufen, das war jetzt eben gerade mein Einzeichnen, um dann eben noch mal nach unten Gas zu geben, ist auch noch denkbar. Laufen wir allerdings dann wieder nachhaltig in Richtung 1,16, 1,16, 30, dann sind wir wieder voll drin in dieser Schiebezone. Heißt für mich relativ zügig, ich nehme sofort wieder Gas raus, bin hier auf der Seitenlinie und lasse oder schaue mir entweder eben andere Währungspaare an. Der britische Fund ist hier an dieser Stelle auch noch genannt, der ist ein bisschen interessanter als der Euro-US-Dollar, aber es wird dann wahrscheinlich im Euro-US-Dollar wieder uninteressant und dann müssen wir schauen, ob wir schlussendlich dann vielleicht den Break auf der Oberseite wieder bekommen, wovon ich jetzt erstmal in der kommenden Woche nicht zwingend ausgehe. Aber 17,30 auf der Oberseite war ja auch noch so ein sehr, sehr wichtiger Bereich, wo wir vor zwei oder drei Wochen dann auch mal die Long-Seite hier oben gehandelt haben, was allerdings auch eben nicht nennenswert funktionierte, weil einfach der Bruch nach oben dann auch nicht kam und dann warten wir ab. Wenn wir erneut hier in Richtung 17,30 kommen oder da drüber, dann würde ich es hier auf der Long-Seite versuchen in Richtung der nächsten Widerstände eventuell auf der Long-Seite. Also das jetzt hier zum Euro-US-Dollar müssen wir uns anschauen, wie der sich dann auch Tag für Tag verhält und ich werde dann in den entsprechenden Livestreams dann auch meine Ideen hierzu immer kundtun. Schauen wir abschließend aufs Gold. Gold ist nach wie vor und es ist in den letzten Wochen in den letzten Monaten ähnlich wie im Euro-US-Dollar und ich habe auch schon in den letzten Wochen eigentlich überlegt, Gold mit einem anderen Markt auszutauschen, aber ich habe schlussendlich eigentlich den Schluss gefasst, hier beizubleiben bei der Analyse. Aber ich habe im Gold in den letzten Wochen keinen Trade gemacht. Und ihr wisst warum, ich habe es immer wieder beschrieben. Also grundsätzlich bin ich schon immer noch der Meinung, nicht der Meinung, da vorsichtig, aber rein charttechnisch zeigt das Bild weiterhin abwärts. Wir sind zwar hier aus dem Bereich 11.30, 11.60 dann mal wieder etwas nach oben gekommen, aber schlussendlich haben wir hier seit Mitte, wann war das? Anfang August, seit Mitte August laufen wir in eigentlich hauptsächlich in dieser ganz kleinen Seitwärtsschiebezone 12.05 bis hinab 11.94, 11.95. Das sind in etwa 11 Dollar. Ja, also das ist eine extrem, zeichne es nochmal ein, wovon ich jetzt spreche, es ist eine hauptsächlich sehr, na, nehmen wir ein Viereck draus, Moment, eine extrem kleine Schiebezone und man kann hier maximal in ganz, ganz kurzfristigen Daytrading kann man natürlich Trends erwischen, aber sobald man hier so ein bisschen längerfristig handelt in Richtung Swing Trading, hat man auch im Gold aktuell irgendwie gar keine Chance Geld zu verdienen. Das ist so ein bisschen wie im Euro, S-Dollar und oft ist es ja auch so Korrelation von Märkten, dass sich dann das so eine unaktive Phase sozusagen, seitwärtsschiebezone ganz klassisch, eben dann auch in manchen anderen Märkten widerspiegelt. Und wir haben hier, wie gesagt, in etwa, ich zeichne es mal ein, eine Schwankung von 10 bis 11 Dollar. Zeichne das mal ein und das ist natürlich extrem, ja, da sind hier 11, extrem klein. Schauen wir uns mal die Trendphase vorher an. Also diese Trendphase, wo hier wir auch gutes Geld verdienen konnten, weil dann eben auch der Bruch aus dieser vorherigen Schiebezone, die etwas größer war, wo man auch Geld verdienen konnte, weil einfach schlussendlich diese Schiebezone hier größer war. Dann eben der Bruch nach unten und wir konnten hier eben auch in den Livestreams teilweise besprochen, eben Geld verdienen, weil wir einen Trend hatten, den wir hier unten aktuell nicht haben. Aber wenn wir uns einfach mal diese Phase anschauen, die wir hier hatten, also aus dem Bereich 13,05 bis hier runter in den Bereich, wir nehmen mal das, weil jetzt hier unten hat auch schon mal so eine Schiebezone angefangen, bis in den Bereich 12,16. Also wir hatten hier irgendwie 90 Dollar Bewegung und jetzt haben wir innerhalb von, was haben wir hier, ich sage mal Ende April bis Anfang August haben wir 90 Dollar Bewegung abgearbeitet und hier, wie gesagt, natürlich dieser kleine Rutsch hier nach unten mal in Richtung 11,60 noch. Aber schlussendlich sind wir hier hauptsächlich in so einem Bereich zwischen 11 Dollar und wir haben hier oben 90 Dollar Bewegung. Und das ist klar, dass ich natürlich in so einer Trendphase mehr Geld verdienen kann, als in so einer kleinen Schiebezone da unten. Das ist jetzt nochmal ein bisschen ausgeprägter, aber man darf sich jetzt hier nicht wundern, wenn man im Gold aktuell einfach kein Geld verdient, weil diese schnellen Richtungswechsel, die wir in dieser Zone immer wieder haben und zum x-ten Mal, wir analysieren das ganze Bild zum x-ten Mal, wir sagen zum x-ten Mal, seid vorsichtig. Wir haben den Bereich 12,06, 12,07 auf der Oberseite, wir haben den Bereich 94, 95 auf der Unterseite, sind dann eben auch mal kurz in den 81er Bereich runtergedippt hier vorletzte Handelswoche, sind aber relativ zügig wieder in diesen Bereich reingefallen. Und nach wie vor ist in diesem Bereich einfach nichts zu holen. Was will man hier großartig machen? Wir hatten dann immer schon mal vorsichtig gesagt, wenn so der Rutsch nach unten kommt, denn übergeordnet versuche ich immer noch das Bild mehr von der Abwärtsseite aus zu betrachten als von der Aufwärtsseite. Und dann hatten wir immer mal schon den Gedanken hier, wenn so kleinere Ausreißer nach unten kommen, dass man es eventuell versuchen könnte. All das hier, ich glaube, hier hatte ich einmal gehandelt, ein kleines Loss einstecken müssen. Dann hier wollte ich handeln, da bin ich aber nicht reingekommen, weil der Markt eben schlussendlich relativ zügig wieder hochkam. Diese Bewegung Richtung 81 ging so schnell, dass ich hier dann schlussendlich auch nicht mehr reingekommen bin. Und somit ist hier erstmal Seitwärtsschiebezone und in dem Bereich 94 bis in etwa 12,06, 12,07 würde ich nach wie vor vorsichtig sein. Sollten wir erneut, und das ist ja auch der Gedanke, den ich hier eben auch in den letzten Wochen dann immer eben verteidigt habe, wenn wir hier runtergehen, wenn wir die 94 nach unten durchstoßen und sich hier eben zu entsprechenden Kernzeiten Setups bilden, die man machen könnte. Allerdings defensive Setups. Nicht aggressiv handeln, irgendwelche Breakouts, dann immer wieder Breakout, Breakout, sondern defensiv wirklich saubere Setups abwarten. Der Markt bricht zum Beispiel das Niveau, kommt dann entsprechend wieder zurück. Man setzt auf die Abwärtsseite. Sowas, was er im Prinzip hier gemacht hat. Er hat dieses Niveau von unten getestet. Das war allerdings, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eine Uhrzeit war, wo ich nicht am Rechner war. Auf jeden Fall, dieses Setup habe ich hier nicht gehandelt, aber das kann man natürlich handeln. Und hier verliert man ja auch kein Geld. Man verdient zwar auch nicht den großen Schuh, aber man verliert kein Geld. Und ähnlich würde ich es wieder abwarten, wenn der Markt nach unten kommt. Wenn er dann den Bereich von unten testet oder auch schon kurz vorher einen Trigger gibt auf der Abwärtsseite, dann würde ich es erneut in Richtung 81 versuchen, beziehungsweise viel interessanter in Richtung 65-1160. Das wäre so mein favorisiertes Szenario. Aber dafür muss der erstmal nach unten kommen. Jetzt haben wir die Aufwärtsseite. Wir haben eine Seitwärtsschiebezone und wir haben, und das ist das Bild, was dafür sprechen würde oder dieser Gedanke, den ich jetzt kundtue, ist so der Gedanke, der eigentlich auch für eine Trendumkehr sprechen könnte. Wir haben einen Abwärtstrend gehabt. Das ist klar. Das haben wir besprochen. Wir hatten hier diese Abwärtsbewegung. Wir haben dann hier, nachdem wir so eine kleine Schiebezone hatten, hier nochmal so eine Sell-off-Bewegung in Richtung Süden gehabt, die sehr, sehr schnell gingen, aus dem Bereich oberhalb von 1200 in den Bereich 1160 runter. Also da ging es mal schnell 50 Dollar nach unten, um dann auch erstmal hier unten diesen Weg schon mal relativ schnell zurückzuerobern und dann auch nicht so lange hat es gedauert, bis wir wieder in diesem Ausbruchsniveau waren. Und diese Art Sell-off, die gefolgt, der im Prinzip jetzt gefolgt wird von dieser Seitwärtsschiebezone und jetzt eventuell davon, oder jetzt keine Anschlusskäufe nach unten gibt, worauf wir jetzt erstmal warten, sondern der Markt sich jetzt vielleicht doch so langsam, doch irgendwann mal nach oben arbeitet, 1206, 1207 als erstes nach oben überschreitet, in Richtung 1,16 läuft auf der Aufwärtsseite. Hier eben Setups vielleicht dann schon gibt, die einem es erlauben zu kaufen, dann würde ich es hier oben langsam anfangen, dann auch mal auf der Käuferseite zu versuchen. Denn es kann durchaus sein, wenn es eben hier nicht auf der Abwärtsseite sein soll, dass dann eben die Aufwärtsseite in Betracht gezogen wird, ja, und dass der Markt eben entsprechend hier vielleicht wieder so ein bisschen zurückkommt. Und wenn wir es jetzt auf Jahressicht betrachten und wir sehen in etwa jetzt aktuell ein Jahr Bewegung, dann kommen wir schlussendlich aus dem Bereich in etwa 13,15. Aus diesem Bereich kommen wir, wir waren zwischendurch dann mal in dem Bereich 13,60, 13,65, waren jetzt in dem Bereich 11,60, also wir haben schon eine enorme Schwankung hier übers Jahr abgearbeitet, sind jetzt aktuell hier im Tief, sind jetzt so ein bisschen in der Nähe der Tiefs und was spricht dagegen, wenn wir vielleicht zum Jahresende irgendwo im Bereich 11,60 liegen. Dann würde die Jahreskerze ganz grob in etwa, Moment, nein, da müssen wir ein Viereck machen, da würde die Jahreskerze so in etwa aussehen, wenn wir hier den Schlusskurs vielleicht finden, ja, und dann hätten wir auf der Oberseite halt einen Docht, der bis hierhin geht und auf der Unterseite hätten wir dann eine Lunde, die bis hierhin geht. So, so ungefähr würde das dann aussehen, die Jahreskerze und somit kann es natürlich sein, dass jetzt eben zum Jahresende nicht weiter Schwäche reinkommt, sondern dass der Markt sie vielleicht noch mal ein bisschen erholt, vielleicht aber auch in diesem Niveau hier unten bleibt. Somit unten in diesem Schiebezonenbereich vorsichtig, kommen wir nach oben, könnte man leicht vorsichtig mal anfangen über die Longseite nachzudenken, aber denkt dran, es muss nicht die kommende Handelswoche, die Woche der maximalen Aktivität sein. Wenn es hier nochmals nach oben geht, dann wird sich das nicht nur in einer Woche abspielen, sondern in den nächsten Wochen. Wir sind jetzt Mitte Oktober in etwa, wir haben dann noch den halben Oktober, wir haben den November, wir haben den Dezember, da ist noch Luft und wir müssen hier nicht sofort anfangen, aggressiv zu kaufen, sondern auch hier oben erstmal vorsichtig, beziehungsweise kann sich dieses anfängliche analysierte Abwärtsszenario natürlich ebenfalls fortsetzen und wir würden schlussendlich dann eben vielleicht sogar noch einen tieferen Docht hier unten bekommen, als ich ihn jetzt eingezeichnet habe. Das wissen wir natürlich vorher nicht, aber das wären so meine groben Gedanken zum Gold und deswegen das Ganze jetzt hier auch mal so ein bisschen ausgeprägter und auch die Begründung, warum ich aktuell einfach schlussendlich gar nicht so viel mache im Gold. Ich wünsche euch für die kommende Handelswoche auf jeden Fall Good Trades und Mega Trading. Wir hören uns dann am Montag hier um 8.50 Uhr an dieser Stelle wieder zum Livestream DAX Long oder Short und zum Nachmittag 15.45 Uhr dann der Livestream US Opening Bell, wo wir uns den Märkten dann hier auch widmen, wo wir teilweise auch noch andere Märkte uns anschauen, Chancen raussuchen, ich teilweise auch live handel. Also ihr seid herzlich eingeladen, wer nicht schon immer mit dabei ist, hier natürlich dann noch mit dabei zu sein, tagtäglich, börsentäglich hier live an den Märkten mit einem reellen Konto, mit einem Live-Konto, mit einem Echt-Konto, wie man es so schön sagt, hier live an den Märkten. Ich wünsche euch Good Trades und Mega Trading. Bis zum nächsten Mal, euer Markus Klebe. Bye-bye und ciao.